Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definition der relativen Häufigkeit kennen und solltest außerdem wissen, wie man Werte aus der Vierfelder-Tafel abliest und wie ein Baumdiagramm aufgebaut ist und wie man es beschriftet. Unser Ziel für dieses Video wird sein, ein Baumdiagramm mit relativen Häufigkeiten zu vervollständigen. Wir sind auf der Seite 2 bei Teilaufgabe 3. Diesmal geht es hier darum, dass wir dieses Baumdiagramm auf der rechten Seite mit den relativen Häufigkeiten, die noch fehlen, vervollständigen. Wir haben dazu ein paar Zusatzinformationen und zwar genau die Tage im Juli und im August nennen wir kurz Sommerferientage. Also es geht jetzt hier, deswegen sind auch Juli und August beim Beispiel, um die Sommerferien. Jeder Sommerferientag ist entweder im Juli oder im August. Das ist jetzt hier im Baumdiagramm die erste Stufe, wo sich das in die zwei Äste verzweigt. Und dann außerdem noch, jeder Sommerferientag ist entweder ein Regentag oder ein regenfreier Tag. Das sehen wir hier in der zweiten Stufe des Baumdiagramms, wo sich die beiden Äste nochmals in jeweils zwei weitere verzweigen. Wir brauchen, um das Ganze zu bearbeiten, auch noch die Vierfelder-Tafel aus der Teilaufgabe 2, die wir im letzten Video vervollständigt haben. Pausiere jetzt bitte wieder kurz das Video und versuche zuerst, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Ich hoffe, dass du deine Lösungen gut notiert. Nochmal zur Erinnerung, bei der Vierfelder-Tafel haben wir hier die vier Felder, wo es darum geht, ob eine Eigenschaft erfüllt ist oder nicht. Und am Rand haben wir dann die entsprechenden Summen der Zeilen und der Spalten und hier die Gesamtsumme. Das ist in diesem Fall auch die Anzahl aller Werte. Hier ist die erste Ebene, wie vorher bereits erwähnt, die Entscheidung zwischen Juli und August und hier dann die zweite Ebene, die Entscheidung zwischen Regentag oder Regenfreien Tag in dem jeweiligen Monat. Wir haben jetzt hier nochmal das Baumdiagramm größer eingeblendet, damit wir besser sehen, wie die Beschriftungen im Teil aussehen. Wir fangen zuerst einmal mit dem linken Ast an, der sich dann nochmal verzweigt. Das, was hier beschriftet werden muss, lesen wir aus der ersten Zeile ab, nämlich für den Monat Juli. Wir sehen hier, dass die erste Beschriftung schon vorhanden ist. 31 Tage im Juli von 62 Tagen in dem Sommerferienzeitraum insgesamt. Jetzt gehen wir gleich eine Stufe weiter. Hier wird jetzt im Juli unterschieden zwischen den Regentagen und den Regenfreien Tagen. Die relative Häufigkeit der Regenfreien Tage ist bereits eingetragen, aber die der Regentage fehlt noch. Wir haben 15 Regenfreie Tage im Juli und 16 Regentage. Das heißt, auch die beziehen sich wieder auf die 31 Tage insgesamt im Juli. Daher steht 31 im Nenner und wir lesen die Anzahl für die Regentage aus der Tabelle ab und tragen 16 ein. Und damit haben wir den linken Ast mit seiner Verzweigung bereits beschriftet. Wir machen jetzt dasselbe für den rechten Ast, nämlich für den Monat August. Die Angaben dafür haben wir in der zweiten Zeile, eben für den Monat August. Hier fehlen alle Beschriftungen und wir fangen jetzt mal mit der ersten Stufe an, nämlich die Monate werden ja jeweils 31 Tage haben und ist hier die Entscheidung zwischen den Monaten. Also haben wir wieder in Bezug auf die 62 Tage im Sommerferienzeitraum die 31 Tage im August im Zähler. 31,62. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Auch im August wird unterschieden zwischen den Regentagen und den Regenfreien Tagen. Wir haben also wieder den Bezug auf die 31 Tage im August, daher 31 im Nenner und wir lesen einfach die Werte für die Regentage und die regenfreien Tage ab. 6 Regentage und 25 regenfreie Tage. Und damit haben wir das Baumdiagramm vollständig beschriftet und wir sind fertig. Nochmal zur Erinnerung, die erste Stufe war hier die Unterscheidung zwischen Juli und August und in der zweiten Stufe dann die Unterscheidung zwischen Regentag und regenfreiem Tag in dem jeweiligen Monat. Ich habe jetzt eine kleine Fleißaufgabe für dich. Und zwar erstelle ein Baumdiagramm, bei dem zuerst zwischen Regentagen und regenfreien Tagen, also hier in den Spalten, unterschieden wird und erst danach zwischen Juli und August, also den Monaten hier in der Zeile. Das Ganze sieht dann so aus. Die Aufgabe war ja zuerst zwischen Regentag und regenfreiem Tag zu unterscheiden. Das heißt in diesem Fall haben wir in der ersten Stufe Regentage und regenfreie Tage und dann in der zweiten Stufe wird nach den Monaten unterschieden. Das heißt hier tragen wir dann jeweils Juli und August ein und dann haben wir schon einmal die jeweiligen Entscheidungsmöglichkeiten. Jetzt schauen wir uns noch an, welche Werte wir für die relativen Häufigkeiten eintragen müssten, wenn wir diese Entscheidung verwenden. Zuerst haben wir 22 Regentage und 40 regenfreie Tage. Diese können wir aus der letzten Zeile in der Vierfelder-Tafel ablesen. Und diese beziehen sich ja auf die Tage insgesamt in den Sommerferienzeitraum, also auch wieder hier auf die 62. In der zweiten Stufe wird zwischen den Monaten unterschieden. Da lesen wir einfach wieder die Anzahl der Tage im Juli und August ab, die ein Regentag sind, also hier diese Spalte und die Anzahl der Tage im Juli und August, die regenfrei sind, also aus dieser Spalte. Und diese beziehen sich dann jeweils auf die Gesamtanzahl der Regentage, also hier 22 und hier die Gesamtanzahl der regenfreien Tage, also 40. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.